Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich Fliesen streichen und somit auch alte Wand- und Bodenfliesen mit einem Fliesenlack richtig lackieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier mal relativ alte Fliesen, die ich in anderer Zieht streichen möchte und da gibt es natürlich auch die verschiedensten Hersteller, doch normalerweise funktioniert das Ganze immer relativ ähnlich. Wichtig ist auf jeden Fall, dass dein Lack unbedingt für dein Vorhaben geeignet sein muss, zum Beispiel für den Duschbereich, Außenbereich oder natürlich auch für den Boden. Bevor wir beginnen, würde ich auf jeden Fall alte Silikonfugen mit einem Cuttermesser entfernen, da da unser Fliesenlack einfach nicht drauf halten wird. Und aus dem empfehle ich dir auch noch, dass du zum Beispiel mit einem 200er Schleifpapier mal noch die Oberfläche etwas vorbehandelst, dass natürlich der Lack auch nochmal einen besseren Halt findet. Außerdem sollten unsere Fliesen auf jeden Fall sauber, staub- und auch fettfrei sein, was am besten mit so einem speziellen Entfetter, wie zum Beispiel Isobropanol, super funktioniert. Nach kurzer Zeit sind unsere Fliesen wieder trocken, der Reiniger ist verdunstet und jetzt sollten wir natürlich auch noch entsprechende Stellen mit einem Klebeband auf jeden Fall abkleben und danach können wir dann aber auch schon unseren Lack einmal öffnen. Bei mir muss ich den Lack im Verhältnis 5 zu 1 mit einem speziellen Hertha anmischen und hierbei gebe ich das Ganze in eine Farbwanne, welche ich auf eine Küchenwaage gestellt habe. Wichtig ist, man sollte wirklich nur so viel anmischen, wie man jetzt auch in der Verarbeitungszeit verarbeiten kann. Nicht, dass das Ganze dann zu schnell trocknet und man einfach nicht mit dem Malen hinterherkommt. In meinem Fall vermische ich also 100 Gramm von dem Lack mit 20 Gramm von dem Hertha. Die zwei Dosen habe ich natürlich wieder ordentlich verschlossen und jetzt erstmal für mindestens eine Minute das Gemisch ordentlich vermischen. Bei mir sollte es passen und jetzt am besten erstmal mit einem normalen Pinsel schwer erreichbar stellen, wie zum Beispiel irgendwelche Ecken zuerst streichen. Bei mir habe ich ja nur eine gerade Wand, weswegen ich gleich mit meiner Lackierrolle einmal ordentlich anfangen kann. Ich persönlich fange übrigens am liebsten mit den Fugen zuerst an, da die doch etwas schwerer zu streichen gehen als die normalen Fliesenflächen. Am besten deckt unsere Farbe übrigens, wenn wir das Ganze am Ende über Kreuz noch sauber verteilen. Bei mir schaut es auf jeden Fall schon super aus. Ich habe nicht zu wenig Lack, aber auch nicht zu viel Lack aufgetragen, da ich sonst natürlich irgendwelche dickeren Stellen sehen würde. Und jetzt geht es einfach mal darum, dass wir das Ganze nach Herstellerangaben richtig trocknen lassen. Bei mir sind das jetzt circa zwölf Stunden und danach kommt noch ein zweiter Anstrich darüber. Zwölf Stunden so rum, weswegen ich mir noch einmal etwas Lack angemischt habe und dann kommt auch schon unsere zweite Schicht noch darüber. Ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall sehr zufrieden. Falls bei dir doch noch irgendwo ein paar Stellen von der alten Fliese durchschauen sollten, dann kannst du natürlich auch noch eine dritte Schicht darüber geben. Wenn nicht, dann einfach das Ganze noch einmal für circa zwölf Stunden trocknen lassen. Wir können danach auch anschließend unser Malerkrepp entfernen und somit haben wir dann auch schon Fliesen richtig gestrichen. Wenn du dir für zu Hause Fliesenlack in den verschiedensten Farben einen Fetter oder natürlich auch so eine Lackrolle zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.